Ja? Herr Keil, Ihr Termin ist da. Was ist denn Termin? Der hat seinen Namen nicht gesagt. Danke. Jamal, Salam, wie geht's Dir? Schöne Grüße von Toni. Danke, zurück. Setz ich. Ah, kann ich Dir was anbieten? Wir haben Wasser, Still, Sprudel, sowas. Kondome. Was? Wem willst Du hier ficken, Du kleine Schwartel? Denkst Du, ich weiß nicht, dass Du bei Rot Dein Angebot abgegeben hast? Bruder... Ich bin nicht Dein Bruder. Hör mir zu. Ich glaube, Du weißt nicht, mit wem Du Dich da anlegst. Pass mal auf... Zieh Dein Angebot zurück und verpiss Dich. Darf ich auch mal? Danke. Pass mal auf, wir sind in völlig verschiedenen Berufsfeldern. Und Ihr... Ihr macht das super. Ihr macht das ganz hervorragend. Aber... Versteh mich nicht falsch. Es gibt Dinge, die... Die könnt Ihr nicht verstehen. Und wenn so ein Rot auf Dich zukommt... Das Grundstück gehört, Du uns hast verstanden, du kleiner Bastard! Du ziehst Dein Angebot zurück. Du musst weg, ist Dich. Herr Keil, ich hab hier die Unterlagen für... Frau Baerbaum, was kann ich für Sie tun? Die... Das ist jetzt die Schütter Münchow-Akte. Legen Sie die einfach auf den Tisch. Dann kriegen Sie die gleich unterschrieben wieder. Danke, Frau Baerbaum! 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 Danke, Frau Baerbaum!